Jo Leute, heute startet das Video mal ein bisschen anders und zwar wir sind nämlich gerade schon in Österreich und sind auf dem Weg zum Farker See. Ich denke, das wird eine gute Nummer. So, mittlerweile angekommen hier. Ja, sieht doch recht schick aus. Jetzt wollen wir mal die anderen suchen. Bis gleich. Angekommen. Hier ist unsere Bude. Sehr geil. So, heute drehen wir nur eine kleine Runde. Aber ich glaube, um den Färtersee. Das sollte aber auch erstmal reichen. Da freuen die sich. Danke. 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 Ey, guckt euch das an hier, ey, ist das geil, ist das geil, oh man, ich habe gerade mit Christian drüber gesprochen, hier der Kollege aus Hamburg, mit der Streetbox, mit der umgebauten, wie gut es uns eigentlich geht, da muss ich das immer wieder so ein bisschen selber bewusst machen halt auch, überleg mal, ich fahre mit dem Auto hin, kriege ich in der Harley gestellt, ach du, hör auf, ehrlich, was eine Aussicht. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt gehen wir erstmal, wir fahren jetzt wieder Richtung Heimat, aber wir werden noch vorher schön lecker essen gehen und zwar italienisch. Das ist so unfassbar schön. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Leute hier auch alle. Das ist so übelst nett. Oh, da freue ich mich auch richtig drauf. Ich habe so einen Hunger. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.